Diesen Text wird hier präsentiert von languages.lu Er ist schon den Tour de France 1909 gewonnen. 1910 gauf er den Zweiten am Tour de France. Am Echter Weltkrieg sind er als Volontär an Französisch auch meigegangen. Wei 3.000 Einer Lützebäuer sind er am Echter Weltkrieg gefall. Das war 1915 nur bei der Stadt Patkali. Erschächen?